herzlich willkommen zu einem neuen shop video wenn euch die videos hier auf dem kanal gefallen würde ich mich übernommen freuen außerdem bewertet kommentiert unterhalten natürlich gerne das video dann schaut doch gerne vom twitch kanal vorbei link dazu ist in der video beschreibung und ich würde sagen wir schauen uns jetzt den item shop an heute haben wir einen neuen skin und sei die blockadenbrecherin ein blauer skin mit backpacks sogar auch sieht eigentlich ganz nice aus dazu haben wir dann die doppeldeutsche spitzhacke dann aber als nächstes die vier kälte also die vier skins vom dauerfrost natürlich einmal in weiblich und einmal männlich einmal die kälte kriegerin die eisjägerin den hakensturm skin und die schneeschützen und dann natürlich bei männlichen skins ebenfalls nochmal vier einmal kühlkommando dann arktis assassiner dann der eistalker und der schneeschlechter als nächstes haben wir dann hier im daily shop den fastball skin dann die sturm trooperin als nächstes haben wir dann noch den magische schwingleiter dann haben wir den sonnensprass backpack ist ein relativ beliebter backpack tatsächlich passt auch auf viele skins eigentlich ganz gut drauf für 200 wie bugs auch relativ günstig tatsächlich dann haben wir noch auf großen fuße und als letztes noch erder schütterer dann haben wir natürlich noch die besonderen angebote die werden jetzt bis zum 30 märz glaube ich drin bleiben das heißt bis zum nächsten dienstag ja einmal den augen skin natürlich in der gold könig variante und dann ohne schimmer zusätzlich natürlich ebenfalls der gleiter einmal mit schimmer variante und ohne schimmer variante natürlich relativ teuer 1500 wie box für den skin das war es aber jetzt auch schon heute mit dem stopp video ich hoffe es hat gefallen und zum nächsten video ciao